. 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 Da war noch einer. Das war ein Gamer-Moment. Nein, genau. Nee, wie im Teil. Ein Outside. Der hat mich gewandt. Und du hast ihn gewandt. Ich hab den Sack, Mario. Ich hab's da runtergekommen. Schade. Hör! An dir! Was fällt ihm denn? Ich bin ein Gunshot. Nee, nee, ich will die SG. Voll hart! Einer ist Hevin. Ich will nicht vom Dach fallen. Ich bin grad vom... Ding runtergefallen. Nein, ich bin Outside. Was? Ach, du bist nicht Mim. Was dachte, du wär'n Nein? Ja, ich bin der Erste, was ich bin. Schleif dich. Eif hat einer. Ja, so. Die wird ganz schnell wieder zugemacht, die Tür. Nicht Flash g'sa? Scheiße. Auf uns, du Wixer. Dann sag ich Flash. Ich mag ihn, ey. Ich mag ihn, ey. Ich hab' ich gehör'n zu Megas und weib'n nur sowas reinschieben, das glaub'n... Also, Alter. Jürgen, heute eil' nicht ganz verwirrt, Jürgen. Heute ist ein schwul'n Tag, ey. Das geht ja nicht klar. Bihop Flex, Alter. Oh, die Linksverkehr. Auaaa. Adi. Irgendwie läuft's bei mir. Adi. August, lass heute was machen. Können wir machen, ja. F***, ja. Let's the box so auf. Keine Ahnung. Sechs. Safe. Nein, nein. Oh, ohmsechs. Ohmsechs, Bro. Oh. Mein Sybilian's disabled. Perfekt. Alle im Rollstuhl, ja. Hier, da hast du nicht mehr. Enemy spotted. Ah, der Handcarry. Warum hast du die Bombe, Andy? Was hast du denn da? 360, 360! Andy, nice way! Aua. 2 HP. Jetzt wäre wieder Zeit, um wegzugehen. Ah, Brumbo. Jaaa! Junge! Das muss ja nicht unbedingt in, da wird das da ja schon gewesen sein. Stimmt schon, normal. Kann auch sein, dass irgendwie der eine Spawn da von einem aufwesenden Rock... Kann auch sein. Ich glaube nicht. Das ist ein Closing in hier. Für mich, ich geh straight down rein. Ich geh jetzt gerade rein. Du bist auf Metall gespendet, oder? Oh mein Gott! Bist du, bist du tot? Ich hab dich gekillt. T Peng an in! Ja. Bist du tot nicht gew awakenst Bibelk